Hallo und herzlich willkommen bei den Slowenien Farmer. Heute mit mir der liebe Olli. Hallo. Hallo. Wo hast du einen Basti versteckt? Äh, ich hab keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung. Du hast doch Pilesender alles. Also, ich weiß nicht, wo der ist, wo hat sich Basti versteckt, aber ich... Ich seh... ich hab keine Ahnung, aber ich... Ah ja. Du siehst doch alle. Nein, alles nicht. So, wo muss ich verkaufen fahren? Äh, zu dem Händler. Ach, direkt vorne beim Händler? Ähm, da hinten, ja. Hinter... hinter... ähm... Hinter der Wand vom Händler. Er hat auch schon die Hinterräder weggezogen, dass er gerade... in der Wand vom Händler weggezogen hat. Jetzt hat irgendjemand hier den Egger hingestellt. Ähm, ja. Den gebogen. Und der Motor läuft noch. Der, der muss sich ein bisschen, äh, äh, aufwärmen, der, das Motor. Der war doch noch warm. Äh, ich denke nicht. Noch kurz vorher erst, äh, festgefahren. Ach so. Ähm, okay. Ähm, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Das gibt Geld. Was bei euch so wertvoll ist, dass das Hexe... Mhm. Ich glaube, da sollten wir ja bloß noch Pappeln einpflanzen, ne? Ja, fast. Also sowas würde ich euch aber nicht antun. Ach, warum denn? Hm. Das ist jetzt so schlimm, doch. Ich glaube, das ist so schlimm, doch das ist so schlimm. Ich habe den LKW einsteigen, wundert mich, warum er nicht anmacht. Ich war wieder am Traktor. Ja, alles. Wisse, so geht es mir um meinen Leidensgenossen mit dem Basti. Ja, was denn? Ich bin ganz durch den Wind dann. Aha. Ja. 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 Ich bin am Hexeln. Ja, das weiß ich. Ja. 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 Okay, was für einen kleinen Kling? Ja, alles wegräumen. Jetzt sind wir hier. Die Trangstelle ist auch frei. Jetzt zu dem Hof. Da ist es schon so. Da ist es schon so. Ja, du bist aber auch sehr fleißig. Ich? Ja. Und nur alles kaputt. Keine Bäume hier. Hm? Und nur die Baumstämme kaputt. Ja. 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 Aber da ist er bloß wirklich unten abgestört. Hm. Fährt nicht aus. Ja, die fuck geht da ganz schön. Und der steht halt auch nicht gerade gerade. Ja. Ja, aber Gott sei Dank. Ja. 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 Wo da so viel Schnee liegt. Ja, ja. Das sieht man. Ah, okay. An den einen komme ich nicht mehr ran. Ja. 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 Und wieder auf. Das kleine Stück Rückwärtsflug. Das kleine Stück Rückwärtsflug. Ja, wenn du mit dem Hackschnitzel räuchern willst, dann hat das vielleicht eine schöne Mitte. Kann ich mir so vorstellen. Ja. 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 Ja, ich klappe nur zuerst. Oh, zwei Stellen, ob du nicht kannst. Oh, das klingelt. Ja, ich habe noch keinen Plastik. Was hast du mit dem gemacht? Das sage ich vielleicht nächstes Mal. Aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. Wir würden uns sehr, sehr freuen über Likes und Kommentare. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.